So und da sind wir wieder bei Dead Space 3 mit Los Verathos und mir, dem Deathswing und wir haben uns letztes mal in diesem kleinen Shuttle ausgeloggt, oder besser gesagt haben die Aufnahme dort beendet, vor etwa fünf Sekunden und werden jetzt mal unser Ziel ansteuern. Jo, dann sofort fahren. Jo. Ich kann mich ja hier auch schön umgucken. Ja, kann ich auch, ich sehe hier im Monitor. Also aus dem Fenster rausgucke. In der letzten Folge gar nicht erwähnt, ihr könnt das kleinste auch natürlich auf Los Verathos Kanal sehen oder eben, wenn ihr auf das Verathos Kanal guckt, auf meinem. Einfach in die Videobeschreibung gucken oder im Kanal die empfohlenen Kanäle durchgucken. Und, möchte ich das auch noch empfehlen oder was? Musst nicht, aber du solltest das, weil ich nicht mit meiner Anwesenheit Ja, genau. Ich kann irgendwie nicht aussteigen. Ich bin ausgestiegen. Ach, mit F. Oh Mann, ich bin jetzt halt eh. Toll, der Kackboot hier. Ja, aber auf jeden Fall, man. Wir haben letztes Mal mit dieser unglaublich geilen Strotflinte ausgeloggt, mit diesem unglaublich geilen Anzug. Lösenanzug. Oh, da hast du dir denkst. Einfach, cause I can. Ah, ja, genau. Hau mal Stase drauf. Ich hab' meinen Nachnamen gesagt, ey. Aber geil. Ja, ja, immer wieder dasselbe hier, ey. Ich hab' nur überlegt. Ey, mit dem Desmond darf man nix aufnehmen, aber wirklich nix, ey. Meinen Nachnamen, nicht deinen Nachnamen. Oh, deinen. Nur, dass mein Nachname auch mit G anfängt. Ah. Oh mein Gott, ich hab' gesagt ganz den Nachnamen am Anfang. Ah. Und nein, wir sind nicht miteinander verwandt. Wir sind so gerade eben nicht. Ne, achte, Augenhören. Da sind zwei Kisten zum Öffnen. Oh Mann, ich wollte mir das Schrotze aufschießen. Ah, ich häng' fest. Das trifft sich recht gut so. Ich hatte nämlich, wie man das letzte Mal gesehen hat. Stimmt. Wenn ihr die vorigen Tage noch nicht gesehen habt, einfach mal die Playlist durchgucken, beim jeweiligen Kanal. Kann ich nur empfehlen. Ja. Es wird schlimmer, je weiter ihr zurückgeht. Oh ja. Wo müssen wir überhaupt hin, nach da hinten? Hier hinten müssen wir ja nicht. Ich krieg grad Vollgas. Falsch. Falsch. Falsch mir einfach. Falsch, hast du das Ding zum, 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 äh, wo wir hergekommen sind mit? Wollen wir vielleicht die, die Mission mal umändern? Achso, jetzt ist ja auch. Ja, dann lassen wir mal auf die Grille da mal rangehen. Ah, da. Wirst du da doch bestimmt reinkommen, oder nicht? So, und jetzt B gedrückt. Was ist denn noch da hinten, ey? Wo ist denn die scheiß Green? Wollt da rein? Ich guck gerade. Hier würden wohl ein Eingang sein. Aber auf jeden Fall kam die Grille in dem Gespräch vor, das weiß ich ja. Ah, ich seh den Eingang, ich seh den Eingang. Komm zu mir, komm zu mir. Wo ist denn der? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo ist denn der Eingang? Oh, stopp, 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 stopp. Oh, das ist die Tastatur, oder? Ja, die passende Tastatur zu meiner Maus. Das hast du zuerst gesagt, ich... Hast du die Maus zu meiner Tastatur so rum? Hey, Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser schiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac endet. Okay, ich stell mal noch mal kurz die Steuerung um los, weil ich gerade den... Ja, ich hab die... Du bist nur mit deinen ganzen Maustasten nicht klar. Nee, ich wollte eigentlich genau nicht Stase auf die Taste setzen. Welche Taste war denn Stase vorher? Weißt du das zufällig? Äh... Stase? Wenn du mich so fragst, nö. Weil dann müsste das hier ja... Ich packe das jetzt mal kurz auf F. Ist das nicht C oder sowas? Du musst ja nachgucken, weißt du, aber du musst nicht aus der Pause rausgehen. Okay. Du kannst einfach auf Steuerung klicken. Oh. Ja, deswegen. Ich meine, das war C. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder war das S? Ne, egal. S ist ja laufen. Haha. Entschuldigung dafür, aber ich bin leider auch nicht allwissend. Stase war C, ja. Nicht ganz allwissend. Okay, danke. Weil ich wollte dann das TK-Modul auf Maustaste packen und nicht Stase. Sehr gut. So. Was? Oh, hier liegt was. Packt der Standardrahmen. Ja, packt der Standardrahmen. Ja, packt der Standardrahmen, ja. Mein Inventar ist voll. Ja. 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 Ich hab's nicht reinbekommen. Ja, lass das mal. So. Kompakter, Standardrahmen aufgesammelt. Was liegt da denn? Kann man den hochheben? Ein Helm. Kann man den hochheben? Nein, ich hab's grad versucht. Geh mal runter. Och Mannu. Oh. Nein, ich war als erster. Ich war als erster. 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 Ja, dieser geile Anzug. Wenn ihr fragt, wo ihr ihn hergehabt habt, ich hab die Limited Edition. Merkwürdigerweise. Bonze! Die kostet 5 Euro mehr als die andere. Und zwar nicht wieder ohne. Oh oh. Okay, die Schrotfländer hat nicht so den krassen Schadenseindruck gemacht gerade. Oh. Ho ho. Los, Seite, Seite, Seite. Ha 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 ha. Alter Vater, Mann. Noch einer. Okay, siehst du, siehst. Sie ist ganz gut. Das ist eine geile Waffe, Mann. Die ist auf das Rote. Das ist die Pöse, Mann. Die sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen sie sie wieder auf? Warte los, warte. Wenn ich die Strom zuvor wieder herstellen kann, kann ich die Sicherheitsabregelung vielleicht aufheben. Hier vorne haben wir noch ein Waffenkreuz. Ich hab zwar gesagt, dass ich beim nächsten Waffen vorher die Waffe schon wechsle. Aber das könnt ihr mir jetzt nicht. Ich kann es eh nicht mehr nutzen, wenn wir gerade so auf. Cool sagen können. Weil das sieht aus wie die Dinger am Anfang. Wie fett ist denn die Schrotfländer, bitte, Mann. Die hat alles mit einem Schloss weggeklatscht. Bist du das Rote Vieh? Kann ich Sachen doch wieder wegwerfen? Ist echt brutal, das Teil. Ich merke, ich printe viel zu wenig eigentlich. Ey, hier sind noch mehr Dinger zum Öffnen. In der Wahl habe ich wieder richtig viel Altmetall. Ist schön. Ich hab Halbleiter bis zum... geht nicht mehr. Ich kann nicht damit totwerfen. Ich war schneller als wie du. Und ja, ich weiß, dass das Eis heißt. Ich bin Ultramighty. Ach nee, das geht nicht über die Entfernung. Schade. Über diese Entfernung. Haha. Kannst behalten. Ich such immer die untere... Immer die falsche Maustaste. What the fuck? Da ist man mit meiner Maus klarkommen auf das Spiel. Verriegelt. Dann gehen wir einfach nichts an. Die Leiter mal runter, ne? Richtig, richtig, richtig. Warte, da braucht mehr Platz. Ich kann nicht da... What the fuck? Was ist das? Ich spam hier eh und nichts passiert. Mittleres Medipack nehmen wir auch immer mit. Machen wir jetzt die Tum eingeschaltet, ne? Alter, ist das laut. Setters, Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir ans Wegpunkt. Dann geh ich dahin. Oh, die ist gut an. Oh, da ist einer. Da ist einer. Immer die falsche Maustaste, man. Ich krieg die Maustaste, ne? Tschüss, mein Freund. What the fuck, ey? Ja. Glaub mir das. Meine Stoffwinde überlebt er nicht lange. Da schießt er einmal drauf und dann hat sich der Typ überlebt. Ja, ich kann sie zurückschubsen. Mit dem hier. Warte, wo bist du? Hier. Mit dem Ding. Okay. Wir haben jetzt quasi dieselbe Waffe, nur ich habe ein anderes Design. Also glaube ich zumindest, weil die hört sich halt ziemlich ähnlich an. Ne, ne. Eine macht kaum Schaden. Welche macht kaum Schaden? Eine. Hier. Aber dafür schubst du sie halt zurück. Ja. Ich habe dasselbe. Als erstes Modul habe ich die hier. Ja, habe ich auch. Und als zweites habe ich halt die Schrotze. Ja, eben. Und das habe ich nicht. Ja, das weiß ich. Aber wir haben dieselbe Waffe, nur mit einem anderen Untermodul. Das ist so ziemlich die selbe Waffe. Ja. Warum gehören hier? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ne, ein bisschen kann man noch. Ah, komm, das machen wir jetzt hier noch. Lol, das war rumgeleckt. Hä? Ach lol, wir waren schon oben. Ha, sehr gut. Ja. War noch mal eine Erdrunde, passt schon. Der Typ, Mann. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abregelung zu deaktivieren. Ich traue dem Raum nicht. Ich traue dem Raum nicht. Ich traue dem Raum nicht los. Ich traue dem Raum nicht los. Auch nicht so wirklich. Altmetall ist hier hinten. Oh ja, für mich ist der Moon. Hast du gesehen, das andere Ding, was ich da geöffnet habe? Äh, ne. Wo ist denn hier noch was? Ah, cool. Wo ist denn hier noch was? Ich darf an den Sicherungen rumspielen. Was, wo ist denn hier noch was? Ich sehe gar nichts. Da ist noch ein zweites Ding in. Ach, da. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier tue, ne. Aber ist das funktioniert? Ich sage dir doch, dass ich es nicht weiß. Dr. Barton. Jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wir versuchen Sie zu kontaktieren. Dr. Serrano? Sagen Sie es mir. Ah, 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 ah! Sagen Sie! Stopp, bitte! Sie haben es mir nicht gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Betragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlegt. Verstanden. Krasse Scheiße. Nein, bitte. Ich verstehe nicht! Das können sie nicht machen! Die Arme sah... Jo... Naja... Dein Bruder hat sich gerade im Terz eingeloggt und du sollst einfach... Ach, das auch noch! Warte mal, bevor wir das hier aktivieren, glaube ich! Ach, jetzt komm her, wake up! Was? Ach, Klaus, meine Strohfe... Meine Strohfe... Kann mal explodieren lassen! Ja, da müssen die Oldschool ein bisschen gekatte, ne? Noll! Ich bin... gestumpt! Ein bisschen weil es auch so ein Dot an mir... Ach, das ist Säure! Altmetall... Ok, ich muss noch kurz wieder mein Metall freiräumen, sorry... Weil ich mittlerweile echt die hier nicht mehr gebrauchen kann... Ach, das Ding funktioniert jetzt! Kannst du die Teile auch reinpacken! Kaufen, dann kriegst du da das Volk raus! Kompakter Standardrahmen, ok! Jo! Ähm... Wir wollten eigentlich mal die andere Waffe aussetzen, ne? Oder geben wir der Strohfe noch ein bisschen Zeit? Ich glaube, wir geben der Truppe noch ein bisschen Zeit! So! Ja! Schau mal, das war ja jetzt noch gar nichts hier! Ähm... Was wir aber machen können, das versuchen mal die Strohfe heute... Ich hab' keine Patine gefunden, leider! Oh, ist euch grad voll die Lecks! Aber wir könnten... Wir könnten... Hier nochmal gucken, genau... Mal gucken, ob wir noch was für die Strohfe herstellen können! Nein, ich stell' nix her! Inwiefern nicht? Nein, brauch's nicht! Du findest jede Menge! Wir sehen! Schwerer Elite-Rahmen! Ok, deswegen scheint schon ganz schön gut zu sein! Mal muss jetzt gucken! Ok! Ja! Die Waffe scheinen auch schon ziemlich am Limit zu sein! Deswegen... Deswegen ist verberstet die, glaub' ich, hier auch alles! Glaub' ich auch! Wollen wir jetzt lang? Warte, dann lass' uns erst mal hier vorne durch die Tür durch! Ah, hier liegt was! Toilette! Du bist ein Schaden! Ja, warum auch schon mal? Das ist jetzt halt'n wir sehen hier! Oh, hier liegt noch was! Oh, hier ist noch eine Dusche! Ah! Ja! Ich kann gar nicht verstehen, warum Isaac nicht glücklich aussieht! Haha! Vielleicht möchte ich mich nicht aussetzen! Laus Reinhard FTV! Geh auf! Gott! Egal! Egal, egal, egal! Äh, gut! Wo müssen wir lang? Mal gucken! Ab runter! Danke! Oh, erschreck' mich doch nicht so, Mann! Haha! Äh! Woll! Gut! Geht alles bei dir hin! Geht alles bei dir hin! Ist super! Außer das Zeug verbringt mich ab! Und noch eine Plasma-Gekatte wieder! Ist da ein Nest irgendwo, oder was? Ist da ein Nest irgendwo, oder was? Ah! Da drinne! Wir haben ja keine Handgranaten, um da reinzuwerfen! Alles klar! Ja! 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 Du hast mit den Pfarrschüler, toll! Ja! 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 Dachte ich. Oh, oh, oh. Ab ihn schon. Mal den Arm abschneiden. Oh, immer gut. Genau, schön zertreten. Oh, da musst du steigen. Nein, das Spiel ist fast überhaupt nicht brutal. Deswegen Scherzenvergang, das wollte ich gar nicht. Egal. So, wie lange nehmen wir schon auf? Ich würde mal sagen, immer wieder eine Pause drin. Was? Ich würde mal sagen, da ist mal wieder eine Pause drin. Ja, dann machen wir doch eine. Ja, und mit dieser Meldung würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.